Bummelt, Zergus bestimmt wird auf die letzte Sekunde, nice. Nein. Ach klar. Oh. Scheiße. Rektors Rosette ist wieder im Einsatz. Die müssen Tyra nehmen. Die sind alle schlecht. Wir haben einen Tank, einen Healer. Und die Damage und eine Flanke. Kaira ist die weibliche Rektor. Naja, nicht ganz. Passt. Ah, die haben Pip. Und der Opa ist nicht mehr so, auf jeden Fall. Ja, die haben wir aber auch Torwald. Die haben wir jetzt nicht mehr so, auf jeden Fall. Ja, mit seinem ewigen Schild, Alter. Ja, mit seinem ewigen Schild, Alter. Wir wissen mal, auf jeden Fall, ich bin immer der erste, der einen Diamantfall hat beim Laden. Hohohohoho. Hohohoho. Nye, das ist doch Ladung, ne? Ja. Scheiße. Hey, Geuss! ach ja habe ich das falsche genommen egal macht nicht aber das hält der motivator krieg ich mir immer noch im sack da ziehen wir uns mal richtig würde sagen ich verplatze mich hier oben in da so ein baum war wegen heiler und so positionen alter um auch wie sie schon mal auf mich pratsen und ich habe halt auch keine chance geht damit die alter ich kann nicht durch auch von hinten kam ich weiß nicht die teil war ich hab noch nie ein getötet mit der es geht einfach nicht die macht mit damit da verlaufen Hahaha Unterwegs Warte Der Scheiß Pit alter Ist down Nice Von hinten Geil Am Back Ich bin down Keine Ahnung wo wir hin Ach Sniper Alter der hat mich gar nicht getroffen Oh ich krieg nur Granaten ins Gesicht Na scheiß Pit Krieg nur von Pit Oh Pip Alter hat die Ulti überhaupt nicht gebracht gerade Was geht Ey dumme Pit Ich krieg nur von Monst Ach dumm ist geil Das scheiß Rache wollte ich gerade ne Na los Scheiß Scherz Ich bin instant tot alter Ich bin noch nicht mal tot instant tot Es ist so lächerlich das Spiel Oben So ich hatte mal ulti gezündet aber kann trotzdem noch nehmen Ist Gandhi überhaupt Äh Die mit den Granaten Oh nein Alter ich mach keinen Schaden mit der Hier hinten Am Wagen Ist die scheiß Kinesa und der Drache Komm ich komm ich komm Einen hab ich Ich krieg nur von Sack von Pit Ey Warum ist denn die so langsam Drachen hab ich auch Von hinten von hinten von hinten Hang down Von vorne von vorne von vorne Seht es ist es Von oben Ja ich bin bei Hab ich Ich werd hier irgendwas Ey es ist so lächerlich hier Das ist geil Erstes Scanner da dann stehen 5 vor dir Kram jetzt wird alle immer mal gespawnt für das normal Die hält nischt aus die ich hab ey nischt Ja ich bin wohnen von hinten pipp oh fuck hä pitt pipp wo pipp ist an der Seite rechts da wo die roten Dinger rauskommen oh die komischen googeln ja das ist unglaublich das Ding Granaten da ist ein Granatwerfer mache vorne hab ihn hab ihn ich hab ich wo denn wo der vor uns schon war von der Seite rechts von hinten was geil Niki Nessa Audi ist weg naja müssen wir über 75% kommen loll ich hab meine Ulti ja gar nicht mehr sagt er die Ulti nimmt man mit ne ne es fängt von vorne an lol jetzt wer ist es jetzt kommen die kommen die heran und das heißt wir müssen wenn wir jetzt rauskommen aufpassen sie nicht sterben naja das wisst ihr schon gehen sie doch schon ich sehe schon pipp da schießt ihr näher das ist lächerlich wie viele kugeln die schießen können oh ich warte mir gleich hollen wen ja pipp naja jetzt nicht mehr ist doch scheiße ja ob das ein heiler ist mit dem kannst du nicht wirklich viel an Sachen Dings machen pipp ist aus dem Gratis war der erste den ich gespielt hab pipp ist gleich down pipp ist down von hinten von hinten von hinten nach Kinesa weg ist Sniper auf Sniper hab ich nice müssen ja auf Sky aufpassen auf der Seite von der Treppe ist genau er ist jetzt da drin ja hat schwer ein Healer gekriegt also wie viel hält denn der aus ja scheiß ähm Wissenschaftler ne von vorne und oben Kinesa ne pipp hält übelst viel aus ja der hat 2500 Leben ja hat er da ist ein starker Heiler pipp ist ein Heiler ja das aber auch genug Damage das ist mein Charakter Andreas was spiel ich pipp spielst du bitte nicht das ist mein Heiler ich will auch Pipp Björn nicht spielen ja weil du es vor uns gesagt hast äh Heil äh hä ist doch gut Wissenschaftler ist oben und Pipp wir haben es doch eh gleich geschafft ah so weit weg stimmt ah unterwegs was nennt der scheiß Wagen der Wagen ist oben auf der Brücke ja was jetzt von vorne ich bin tot ne von vorne nur noch ok auf der Fall sieg das ist nur unter der Zeit gewesen so könnt ihr mich wieder einladen hat's geschmeckt ja dabei und was gibt's das geschnetzeltes mit Brotdingern von einem Kreis specken lassen geil gönn dir Digga